Moin Moin, zurück aus Hamburg. Wir machen heute für den Studienkreis eine weitere Straßenumfrage und diesmal zum Thema Curling-Eltern. Los geht's! Kennen Sie den Begriff Helikopter-Eltern oder Curling-Eltern? Ja, natürlich. Ja. Ja. Nein. Nein, habe ich leider noch nicht gehört. Helikopter-Eltern sind Eltern, die eben sehr überbehütend sind und räumen eben alle Hindernisse für ihre Kinder aus dem Weg. Würden Sie von sich behaupten, dass Sie ein Curling- oder Helikopter-Vater sind? In vielen Dingen ja. Auf keinen Fall. Nein. Warum nicht? Weil ich meinen Kindern immer viel Freiheiten gelassen habe. Weil man Kinder auch mal lassen muss, damit sie Selbstvertrauen kriegen. Also ich hüte, aber ich hüte nicht ständig. Er hat viele Freiheiten, er darf auch viel selber entscheiden, aber wenn sie jetzt gerade so Pflüge werden und sie gehen alleine länger aus dem Haus oder mal alleine ins Schwimmbad oder Situationen, die man nicht kontrollieren kann, dann ist man schon unruhig, ja. Ich weiß vor allem bei Eltern von meinen Freunden, dass sie halt sehr vorsichtig sind und sich wirklich in jeder Angelegenheit mit einmischen. Wenn wir irgendwo hin müssen zum Arzt oder zu Freunden oder so, meistens versuchen sie uns selber dort hinzufahren, damit wir keine Transportmittel nutzen. Genauso mit Internet und so gibt es natürlich kleine Lektionen. Wenn die schulischen Leistungen nicht ganz so optimal laufen, da Druck gemacht wird und dann auch versucht wird zu unterstützen, zu helfen. Mein Sohn ist im Studium und da bin ich auch immer noch der Übervater. Ich versuche alles für ihn zu regeln. Ich finde es auch wichtig, dass man seinen eigenen Weg geht. An sich finde ich, je älter man wird, desto mehr Freiraum sollte man auch bekommen und irgendwann ist es halt auch seine Leistung, ob man daraus was macht oder halt nicht. Würden Sie zum Abschluss noch sagen, dass es sich in der Zeit von Corona mit Homeschooling und so nochmal verschärft hat das Ganze oder ist das ähnlich geblieben? Na klar. Man wurde ja reingedrängt zu sagen, mach was und hilf uns und unterstütz die Schule in allen Varianten, die es da so gab. Solche Eltern, die jetzt viel Zeit gehabt haben für ihre Kinder, die in den Videokonferenzen nebenan sitzen und dann immer noch mehr schauen als sonst, also das könnte ich mir schon vorstellen. Wir sind als Familie sehr zusammengewachsen. Unser Sohn hat sich sehr gut entwickelt, auch sehr selbstständig entwickelt, musste auch viel alleine sein. Wir haben beide Berufe, wo wir voll eingesetzt waren, also wir hatten kein Homeoffice. Unser Kind war oft und viele Stunden auch alleine. Da muss man natürlich einen Vertrauensbonusvorschuss dem Kind auch geben, ganz klar. Und uns hat es eigentlich gut getan.